Hoi, ich bin's wieder, der Heinz. Wenn ihr Probleme mit dem Hydraulikzylinder habt, schickt uns den, wir flicken den, ihr Zwischenziel kommt ihr an den Ersatzteil über, wo ihr montieren könnt und weiter schaffen. Und wie man den austauscht, sehen wir uns in diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ihr habt in dem Video gesehen, wie schnell aus kann man so einen Hydraulikteilungswechsel. Wenn ihr den Ding gleich wegschickt, dann ist er am letzten Tag bei uns und wirklich geklickt und die 2 Tage ist dann wieder bei euch. Tschüss, tschüss und auf dem Heinz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.